Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Minecraft Fireworlds mit mir, I, zu dem Motherfucking-Z. Wir sind immer noch hier in der Endfestung. Ich glaube, so kann man das nennen. Erstmal fällt mir jetzt gerade mal ein, wie geisteskrank ist das hier bitte? Davon brauchen wir einmal alle. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall auch gar keine Sorge mehr. Was die ganzen Bücher und so angeht. Äh, ich habe kein Holz dabei, ne? Ich kann mir also keine Axt herstellen. Ne, aber hier ist ja Holz. Ups. So. Dann machen wir das jetzt nämlich erstmal. Ne, das macht keinen Sinn. Dankeschön. So. Das muss alles mit hier. Bücher zum Verzaubern bis zum absoluten Get-No. Das ist genau mein Ding. So, jetzt haben wir so viele Bücher, dass ich gar nicht mehr weiß, was wir damit überhaupt alles machen sollen. Aber, Stufe 30 Enchantment, äh, Enchanting ist jetzt halt drin. Ja, wir haben jetzt glaube ich mehr als genug Bücher. Äh, Stufe 3 Enchanting. Und das ist halt mega. Okay. Das heißt, die Bibliothek haben wir auch schon mal gefunden. Die war hier. Kannst du. Dann haben wir hier wieder so einen Raum. Wo eine Kiste steht. Und das ist auch nochmal eine andere Gegend hier. Okay. Alright. Hier würde es wahrscheinlich auch wieder eine Kiste geben, schätze ich mal. Oder halt auch nicht. Doch, da. Okay. Das ist ziemlich geil. So, weil hier war keine mehr dabei, ne? Doch, hier war auch nochmal eine. Nochmal ein Eye-Armor-Trim. Ja, ist das krank. So, von hier kommen wir. Das heißt, das hier ist zu. So. Gut, hier sind zwei Eisenhosen drin. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, das ist ja wirklich ein sehr sicheres Gefängnis, ja? Das ihr hier gebaut habt. Muss das alles so riesig sein? Also, ist ja eigentlich ganz cool. Für mich jetzt. Okay. Hier geht es auch nicht mehr weiter. Sehr informativ gefüllter Raum. So, hier ist auch Ende. Hier auch. Hier war auch Ende, genau. Ja. Gut. Das heißt, das ganze Ding hier ist fertig. Hier gibt es nur nochmal Kohle. Kohle sind Level. Also von daher kann man das mal mitnehmen. Dann geht es hier nur nochmal hoch. Auch nichts. Auch fertig. Jawohl. Dann haben wir es. Beziehungsweise. Wo war denn das Portal jetzt? Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass das hier war. Ach du Scheiße, ey. Das ist ja fast ein Labyrinth. Oder es ist ein Labyrinth. Ach doch, guck mal. Hier waren wir schon mal. Ja, hier ist es doch. Ja, dann erstmal zur Villa, ne? Ha, nice ey. Das ist richtig geil. Das ist richtig gut. Das mit den Büchern vor allem ist noch viel geiler. So. Ja, wir packen die Bücher erstmal mit hier rein. Oh, süßes Papier. Das ist halt schon ein krasses Buch, ne? Das ist schon echt nicht schlecht. So, dann haben wir hier noch so Eye Armor Trim. Auch nicht schlecht. Das kann da alles noch mit rein. So, dann haben wir hier ja immer noch unsere Müllkisten. So. Silk Touch, genau. Silk Touch braucht man aber halt auch eigentlich gar nicht. Das ist halt ein Popular Opinion. So, genau so wie das hier. Das kann auch erstmal alles so da rein. So, seht ihr? Jetzt kommen wir nämlich schon an das Problem, dass ich hier irgendwelche Kisten jetzt vollmüllen muss. Okay, aber das wäre ja jetzt mal interessant, ne? Ob diese Dinger schon reichen, weil dann müssen wir die ja nur noch mit Diamanten vervielfältigen. Ne, fuck, ähm. Was brauche ich dafür? Dafür brauche ich den Smithing Table. Dafür brauche ich nämlich gar nicht das Ding. Gut. So, das heißt Holz und zwei Eisen. Alles klar. So, das ist ja. das reicht nicht wenn dann brauchen wir wirklich genau dieses template ok scheiße egal das kommt dann erstmal wieder mit in die kiste hier sind dinge drin die da eigentlich vielleicht auch gar nicht drin sein sollten gut das heißt was wir jetzt brauchen sind level und zwar richtig ordentlich level damit wir unsere spitzhacke erstmal auch wieder upgraden können dass ich nehme jetzt erstmal unser restliches zeugs und dann holen wir uns jetzt mal noch mal ein bisschen quarts wo ist meine rüstung ach die habe ich an so noch baublöcke können uns jetzt mal in dieser kiste hier bedienen nehmen noch mal unser diorit mit damit wir auch was dabei haben was halt einfach auch noch was aussieht wird man das erkennt das ist ein guter plan so und dann ist die frage bauen wir vielleicht jetzt einfach mal hier so gerade raus damit wir jetzt diesen berg hier endlich mal verlassen so dann können wir ja schon mal hier so runter bauen aber einfach damit jetzt nicht immer diesen struggle haben und immer wieder dieses ding darunter fallen müssen fände ich eigentlich schon ganz gut okay das führt ja auch eine interessante richtung hier das ist denn die richtige richtung ach so ne die exakt andere okay ja geil wenn lava kommt müssen wir halt irgendwie dran vorbeibauen keine ahnung so oft war ich jetzt auch noch nicht im nether unterwegs auch durch netherrack bauen ist einfach noch das schütz ich weiß noch damals als fast alles daraus bestanden hat auf welcher höhe bin ich jetzt ne wir müssen noch weiter runter okay hier kommen wir ja schon mal irgendwo raus ja geil okay so du kannst schon mal sterben okay 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 gut weiter geht's und den können wir dann nämlich immer ganz entspannt benutzen um einfach auch mal runter zu laufen krass auch das hier wieder ganz schön offen irgendwie okay jetzt langsam kommen wir aber auf die richtige höhe so jetzt würde ich tatsächlich nur noch nach vorne bauen ja das sieht gut aus beziehungsweise ne das ist eigentlich noch nicht gut aber diese benachrichtigung nervt auch so sehr ne so irgendwann müssen wir ja raus kommen so irgendwann müssen wir ja raus kommen aber ich mein okay das prinzip ist ja dasselbe dann kommen wir denn hier mal an das normale zeug also an die an die normalen biome also hier diesen riesigen offenen see zum beispiel mache ich da gerade einen fehler oder ich glaube halt einfach dass wir noch in diesem biome hier feststecken ne oh je jetzt sieht es langsam gut aus ja das sieht doch schon mal gut aus so wir sind ja wie gesagt nur hier um Level zu sammeln so easy going ja es ist schon geil wie viel man hier durch diese ganze Quarzkacke kriegt ne also wann kommen wir denn jetzt mal auf diesen offenen Lava see bitte so da musste ich jetzt mal kurz den hier benutzen weil mich hier die ganze Zeit nicht diese Basaltkacke durchzubauen kann ich das überhaupt das muss mit Diamant abgebaut werden ne ja ja danke ach man ey wir müssen doch auch irgendwann mal hier aus so nem Berg raus kommen vor allem was hat das gekostet 28 Level oder so kann es sein dass netherrack ein bisschen leuchtet oder sieht das nur so aus ich weiß gar nicht ob wir hier überhaupt jemals nochmal raus kommen oh so wenn man schon mal hier so in der Nähe ist dann kann man ja auch nochmal glowstone mitnehmen das war sogar ehrlich gesagt ganz schön viel Aua so es geht ja nur um die Level ne damit wir hier mit der krassen Spitzhacke nochmal herkommen und alles weghauen können ich finde es halt so krass dass hier auch einfach nichts kommt das ist ja ein gigantisch großer Berg dann quasi in dem wir gerade bauen ja ist doch gut wir haben doch noch eine wie weit wir mittlerweile auch weg sind ne das ist geisteskrank ach ich glaube wir werden nicht mehr auf diesen äh auf diesen Lavasee stoßen ich glaube ich habe gerade ein Gas gehört ok wir machen weiter sehr gut sehr gut Gott das ist sehr gut jawohl ja ja Okay. Jawohl, wir haben es so halb geschafft. Ich markiere mal hier diese Wand mit Diorit. Damit wir immer wissen, dass wir hier nach Ausschau halten müssen. Oh ja, guckt euch das an. Stark. Okay, okay. Okay, das heißt, wir haben schon mal einen guten Durchbruch gelandet. Dann würde ich sagen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Vielen Dank, bis dann. Ciao. Vielen Dank.